So da sind wir auch schon wieder bei Spore, wo ich jetzt erstmal hier versuche den so ein bisschen aufzuräumen. Vor allem hoffe ich hier auf geile neue Körperteile. So Fleischfresser, Fleischfresser, das ist alles Fleischfresser. Wir müssten vermutlich erst Pflanzenfresser töten, damit das funktioniert. Wie cool ist denn bitte das? Ich mach mal richtig schön lang. Oh die sind gut. Ich weiß nicht wofür die gut sind, aber ich will das haben. Dann wollte ich bei den Beinen wieder schauen. Da haben wir jetzt tatsächlich nur das Insektenbein, dann warte ich da noch. Aber die Arme. So. Also irgendwie müssen wir auch generell viel größer. So, dann machen wir den Schwanz einfach noch einen Ticken. Okay, der Schwanz geht nicht mehr länger. Ja, schade. So, die Ellbogen müssen halt irgendwie wieder an den Körper. Und voll nach unten. So, das ist schon ganz cool. Ja, Mund müssen wir halt momentan erstmal wieder irgendwas hässliches nehmen. Aber dass der nicht hübsch ist am Anfang, das wussten wir ja inzwischen. Die Füße. Die Füße. Das Augubus, klar. Springen Stufe 2. Ja, momentan werden das glaube ich tatsächlich die Besten. Rammen. Schleichen, Tanzen. Wow, Geschwindigkeitsstufe 2. Die dürfen gern ein bisschen größer werden. Natürlich haben wir Krallen. Dann hatten wir jetzt wieder die Farbe. Erstmal hier diese Echse. Mensch, quietscht doch nicht so rum. Was ist mit dir falsch? So, dann könnten wir wahrscheinlich hinten noch irgendwie so eine Art Stachel oder sowas wieder anbringen. So, das kann ich ja inzwischen schon fast auswendig. Okay, das sind die Füße. Halt still. So. Ja. Ich denke, das ist gut. So würde ich das mal lassen. Und dann, ob ihr es glaubt oder nicht, muss ich erstmal speichern. Ja, wir müssen jetzt wieder zeigen, dass wir hier rammen können und so ein Scheiß. Alles cool. Kann ich. Ich bin Naturtalent. Ja, auch das kann ich. Einfach krass. So, jetzt. Speichern. Ganz wichtig. Das darf ich nicht mehr vergessen. Schlimme Dinge sind geschehen. Okay, der läuft noch ziemlich behindert. Aber gut. So ist das nun mal. Und sie ist ja praktisch auch gerade eben erst ein Hirn gewachsen. Och Mann, und das war beim letzten Mal schon so groß. So, wenn du ein Alpha bist, ganz ehrlich, bist du selber schuld. Da mach ich nicht einfach nieder. Einmal kurz futtern. Hey, yo, wartet doch. Lauf doch nicht weg. Ich muss doch noch einen von euch umbringen. Ihr seid unnormal laut. Nicht leichter als das. Wieder erfolgreiche Spezies ausgerottet. Aber dafür leider keine Teile bekommen. So, dann soll hier nochmal ein Nest sein. Das würde ich mir natürlich auch sehr gerne gönnen. Ach, dieses komische, wo keine Viecher waren. Oder? Hier waren immer keine Viecher. Aber was ist das denn? Es sieht einfach nur komisch aus. Einfach vor Wut gleich mal losbrüllen. Das sind diese Dinger gemeint. Aber ich kann halt mit denen nichts anfangen. Die werden irgendwann schlüpfen. So, hier haben wir noch was. Ich gehe natürlich wie immer erst auf die Kleinen. Das kriege ich hin. Ganz einfach. So. Ein Alpha von euch bringe ich auch um. Einfach, das verlangt der gute Ton von mir. Ja, und sie wächst ein Hirn. Endlich. Trotz mickriger Augen. Tö-dö. Ja, ja, komm. Nervt mich nicht. Ja, ein Verbündeter. Wow. Weiß ich doch. So, einen von denen bräuchte man noch. Und den haben wir hier. Los. Einfach schön angreifen. So, dann sind die nämlich auch ausgerottet. Hier war doch gerade irgendwo da. Das möchte ich natürlich auch alles mitnehmen. Ein Hörgang. Ganz ehrlich, hören muss ich nicht. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Achso, und jetzt heilt uns dieses Nest auch. Wie praktisch. So, da drüben soll nochmal ein Nest sein. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die Nester nur so lange machen, wie wir sie auch machen können. Und da gehören die vermutlich nicht mehr dazu. Die sehen cool aus, aber die sind auch ganz klar in der Überzahl. Das heißt, hier wollen wir mal kurz nicht sein. Dann haben wir hier nochmal ein Nest. und auch einen mega coolen Wald. Gut, die kriegen wir hin. Die schauen ja echt süß aus. Guck mal. Zack, das geht ganz schnell. So, komm mal her hier. Dann sind die auch gleich ausgerottet. Oh, ich sehe schon unsere DNA-Punkte in die Höhe schnellen. Wieso? Den auch noch nichts leichter als das. Dafür gab es auch wieder neue Teile. So, dann hole ich erst schnell da drüben, sonst vergesse ich das. Und dann direkt am Nest war es. Direkt am Nest müssen wir auch noch was holen. Aha, der Schlagkrachen. Was auch immer der Schlagkrachen ist. Guck mal, das war doch irgendwo hier. Genau. So, hier kriegen wir also auch nochmal schöne Teilchen. 1000 Fuß. Geschwindigkeit 1. Ich glaube, pro Fuß werde ich schneller. Ja, könnte man ausprobieren. Könnte. muss aber nicht. Schauen wir mal. So, da drüben war gerade eben auch noch ein Fragezeichen. Jetzt ist es ein Apfel. Vielleicht sind ja auch einfach irgendwelche Pflanzenfresser, die da wohnen. Vielleicht deute ich die Karte einfach falsch. Ja, ich weiß nicht. euch schaffe ich noch, oder? Das sieht irgendwie süß aus. Ah, Alpha. Der hat ein ganzes bisschen mehr Leben als ich, aber ich würde es gerne probieren. ich hatte den Überraschungsmoment auf meiner Seite. Oh, das war knapp, aber ich habe es geschafft. das war sehr knapp. Dann sollten wir vielleicht diesmal uns eher erst um die Kleinen davon kümmern. Ich meine, ich habe mich gerade auch gleich mit dem Alpha angelegt. So, einmal noch, dann ist der weg. Ah, das ist aber auch wieder ein Alpha, aber die haben Angst. Die fangen dann an wegzurennen. Okay, die hier sind wütend. Ich will maximal gegen einen von euch kämpfen. So, ich denke, das hier ist okay. Hat jetzt auch nicht so viel Leben. Ist kein Alpha, ist ein normaler. Dann kriegen wir das hin. Wir können ihn ja auch direkt danach wieder essen. Da kommt der nächste. Bitte sei kein Alpha. Nein. Auch der, wieder kein Alpha. Kriegen wir hin. Erfolgreich ausgelöscht. Und hier waren auch noch ein paar Sachen. Man konnte hier doch noch mehr auskramen. Genau. Einmal hier. Die Greifer. So, da drüben ist schon wieder das nächste Nest. Eigentlich könnte ich es ja gleich machen. Warum denn eigentlich nicht? Alarmbereitschaft. Okay. Hoffentlich bringt es ihm nichts. Er muss halt jetzt sterben. so wieder aufheilen. Okay, das ist ein Alpha. Das könnte gefährlich sein. Aber ich bin guter Dinge. Ja, sehr guter Dinge sogar. Dann kille ich hier schnell den Kleinen, weil es einfach einfach ist. Mist, ich glaube der Kleine hat noch ein Beben. Oh, oh, das ist ein Alpha. Weg. Schnell weg. Ich müsste jetzt mal schnell was essen. und den Kleinen noch einmal angreifen, weil dann stirbt er sowieso. Der Alpha soll halt weg von mir. So. So macht man das nämlich. Logisch. Geil. Wieder eine Spezies ausgerottet. Und überall die neuen Teile. Oh, Schenkelknöcher. Geschwindigkeit. Gut. Und ein neues Auge. Da oben ist schon wieder was. Ja, ein neuer Mund. Terrorzahn. Terrorzahn. Klingt, äh, ja, sehr vielversprechend. Das hier müsste doch jetzt eigentlich schon so langsam ein Gebiet sein, wo ich mich fernhalten sollte, oder? Ich lasse euch in Ruhe. Ihr lasst mich in Ruhe. Alles cool. Sind wir cool? Ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Zur Not löschen wir die Augen noch aus. Also gut, dann bis morgen und noch einen wunderschönen Abend. Ciao.